Willkommen hier in Empfingen. Ein neues Schnäppchen wartet hier bei profi-schnapp.de auf Sie. Und zwar, ich setze mich mal hier auf den Sessel. Die Garnitur heißt 24975. Eine Sofagruppe aus bestehend aus einem großen Sofa, N80, kleiner Sofa N70 und dem Sessel ME55 in Leder Z7399 Black. Eine sehr schöne Sitzgarnitur mit ergonomischem Sitzkomfort, mit kurzem Sitz, etwas höher Federkern im Sitz, einen tollen pflegeleichten Longlife-Leder, kompakten Außenmaßen. Sie brauchen wirklich nicht viel Platz. Wir haben das hier auch aufs Preisschild geschrieben. Der große Zweisitzer ist bloß 1,85, der kleine nur 160, der Sessel 80 Zentimeter. Zwei Kopfstützen gibt es zwar weiß dazu. Können Sie überall reinstecken, der eine ist etwas breiter, kostet bei uns 88 Euro, die schmälere 79 Euro. Können Sie aber auch separat kaufen. Ein wunderschöner Überschlag in der Armlehne. Aber das Beste an dieser Garnitur, meines Erachtens, ist der Sitzkomfort. Für Leute, die wirklich richtig sitzen wollen, aufrecht, mit leichter Nachgabe, aber nicht mit einem weichen Sitz, eher fest. Pflegeleichtes Leder und Komfort, die haben mit dieser Gruppe viel Spaß. Sie können übrigens sogar auf dem Zweisitzer liegen. Gar kein Problem. Leichte Wirkung, kubisch klassisch, à la Conzeta, Kopfstützen möglich, Sessel ist im Preis drin. Die Gruppe ist reduziert, wesentlich reduziert, weil es eine EDV-Fehleingabe ist. Der Kunde wollte eine andere Farbe oder eine andere Größe vom Sofa. Auf jeden Fall wurde die falsch produziert. Und vor Lieferung wurde das festgestellt, im Abgleich. Und dann war die Gruppe schon produziert. Und ich habe zugeschlagen. Habe einen super Schnäppchenpreis gemacht, rausgeholt für Sie. Und deshalb kostet diese Garnitur als Zweisitzer groß, Zweisitzer klein und Sessel nur 2350 Euro Abholpreis. Wenn Sie den Sessel nicht wollen, kann ich Ihnen rausrechnen. Wenn Sie ein Sofa ohne Sessel bloß wollen, auch. Kopfstützen gibt es wahlweise dazu. Bla bla bla, ich höre jetzt auf. Ich würde mich freuen, Sie mal hier in Empfingen begrüßen zu dürfen. Ihr Lutz Reinhardt. Und Tschüss. Tatatada.